1 zu 1 hieß es vor 6 Wochen im Punktspiel bei der Mannschaft in Saarbrücken, damals allerdings noch ohne die Verstärkungen Dieter Müller und Jürgen Mohr. Daher heute großer Optimismus bei den 30.000 Zuschauern und bei Trainer Klimaschewski. Sechste Minute, Saarbrücken mit Mittelstürmer Dieter Müller ans Lattenkreuz. Ein rasanter Auftakt hier noch einmal in der Zeitlupenwiederholung, Fass wäre sicherlich nicht an diesen Schuss herangekommen. Klimaschewski in vorgerückter Position auf seinem Stuhl. Die Bayern auswärts zuletzt 0 zu 4 in Düsseldorf und 0 zu 3 in Bochum mit einer ersten Möglichkeit nach einer Viertelstunde Matti Direktschuss. Matti, der gefährliche offensive Außenverteidiger Winkelhofer, Unsicherheiten in der Saarbrücke Abwehr und Michael Rummenigge zum 1 zu 0 für die Bayern nach 24 Minuten. Zeitlupenwiederholung, Eingabe Winkelhofer, Walter Müller tritt über den Ball und Rummenigge im Fallen zum 1 zu 0 für die Bayern. Fünf Minuten später, Bayer Lorzer, der heute Libero spielte für den verletzten Augenthaler und ein schöner Heber von Norbert Nachtwey zum 2 zu 0 für die Bayern. Noch keine halbe Stunde gespielt im Ludwigspark und die Entscheidung schien gefallen. 2 zu 0 in der Zeitlupenwiederholung, kein Abseits, der Heber über den herausstürzenden Hallmann zum 2 zu 0 für die Bayern. Dennoch blickte Udo Lattec finster drein. Die Saarbrücker Fans zündeten die ersten Fahnen an, Pausenstand 0 zu 2 im Saarbrücker Ludwigspark. In der zweiten Halbzeit Saarbrücken nun in den weißen, fernsehfreundlichen Trikots und mit einem neuen Mittelstürmer, mit Hönscheid für Dieter Müller. Dominierend aber weiterhin der deutsche Meister aus München. 54. Minute, 3 zu 0, Flügler. Die Bayern-Fans in Festtagsstimmung. Ganz anders die Laune des Saarbrücker Trainers Klimaschewski. Er hatte inzwischen Flankenschutz geholt. München in allen Belangen überlegen. Saarbrücken hatte es zwischen der 58. und 69. Minute allein Torwart Hallmann zu verdanken, dass nicht weitere Bayern-Treffer fielen. Dann Nasenbeinbruch für Winkelhofer, er musste ins Krankenhaus. Und auch Matti Schied verletzt aus, für ihn kam Wohlfahrt. Hartmann und Hallmann. Das Spiel für die Bayern inzwischen nur noch eine Pflichtübung. Die Fans beschäftigten sich mit Papier. Und der 1. FC Saarbrücken, der harmlos agierte, schaffte noch das Ehrentor in der 85. Minute durch den Oldtimer Wolfgang Seel, den 37-Jährigen. Danach wurden die restlichen Fahnen verbrannt. Die Fans enttäuscht, zu harmlos, die Saarbrücker. Die Bayern überzeugend in der dritten Pokalhauptrunde spielen sie jetzt entweder in Bochum oder Düsseldorf bei einer der Mannschaften, bei denen sie zuletzt in der Bundesliga 0 zu 4 und 0 zu 3 verloren haben. Bitte, Karl Senn.